Was geht Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück, oder? Und ihr seht es, mein Versprechen halte ich ein, direkt nach der Arbeit, bevor ich was anderes mache. Mein Name ist Kevin Schäpper, ich bin heute Ihr Berater für jegliche Angelegenheiten, die Ihr Grundstück angeht, Ihre Wohnung, Ihr Grundbuch, Ihre Auflassungserklärung, eventuell auch Ihre Abgeschlossenheitserklärung. Brauchen Sie Mietpreise, Mieterhöhungen? Möchten Sie einen neuen Mieter? Wollen Sie ein Grundstück kaufen? Wollen Sie eins erwerben? Wollen Sie eins verkaufen? Wollen Sie eins pachten? Wollen Sie ein Grundstücksgutachten haben? Brauchen Sie ein Gutachten für eine Erbschaftssache? Vielleicht einen Erbschaftsstreit? Vielleicht einen Trennungsstreit? Mein Name ist Kevin und ich werde Sie mit allem, was ich habe und meinem Team sehr gerne begleiten, beraten und dann werden wir zusammen ein Wein trinken, weil wir einen erfolgreichen Vertragsabschluss haben. Ja, okay, komm, es war Witzchat, aber ihr wisst es, ich bin Immobilienkaufmann und das ist einfach meine Passion und die andere ist Gaming. So, und wenn ich zur Arbeit gehe, kann ich leider nicht kurze Sachen tragen, also, also, pass auf, wenn ihr nichts Schlimmes sehen wollt, solltet ihr weggucken. Sieht gut aus, ich weiß, aber ich habe keine Hose an. Es ist zu warm für Hose. Und wisst ihr was? So gehe ich auch zur Arbeit. Okay, wenn ich nach dem Video einfach so 150.000 Abos weniger habe, danke Fabian, dann weiß ich, woran es lag. Ich wollte euch, weil ich dachte, dass die Beta schon startet, die Controller-Settings geben. The shit I cannot do this, because die Beta kommt erst in zweieinhalb Stunden. Aber ich habe geguckt und in meinem Twitch-VOD bin ich ja live meine Settings durchgegangen. Und das zeige ich euch im Hintergrund und ihr hört mich jetzt reden, aber nicht sehen. Und ich erkläre euch ein bisschen bei den Settings, warum es so ist. So, dass ihr definitiv bevor die Beta jetzt in zwei Stunden und, nee, ihr seht das später, wenn ihr es seht, zwei Stunden, eineinhalb Stunden losgeht, schon die Settings habt ihr, die ihr braucht. Ich switch einmal rüber, dass ich mir auf dem zweiten Monitor mein VOD aufmache, euch erkläre, welche Settings, warum, wie wichtig waren. Und dann könnt ihr Fragen stellen und bevor ich heute in den Tag-Off-Stream nachher gehe, könnt ihr dann mir YouTube-Kommentare schreiben und alles, warum ich keine Hose an habe. Und, scheiße, 33 Leute, ne? Und ich freue mich, dass ich keine Hose an habe. So, Freunde, ich mache das nicht mal in einer festen Reihenfolge, aber ich habe beim Start von Black Ops 6 einige Settings gehabt, die dafür gesorgt haben, dass es bei mir ultra-laggy war. Obwohl ich einen High-End-PC habe, der eigentlich einiges kann und vor allem Games wie Call of Duty, die keine krassen Anforderungen haben. Und deswegen gehen wir hier mal durch. Und ich habe mir hier, das ist mein VOD, das könnt ihr auch live nachsehen, wenn ihr keinen Bock aufs Video habt. Ich spiele immer mit Vollbild rahmenloses Fenster, einfach weil ich als Streamer aus dem Bild tappe, mit der Maus, dann seht ihr das so. Und wenn ihr das auch macht, ist es geiler, als wenn ihr hier Vollbild habt, weil ihr müsst immer Windows drücken und das Ganze schließt sich und geht klein. Wenn ihr nebenbei immer mal was macht, so Discord oder so, dann rahmenloses Fenster. Ihr habt keine Nachteile durch FPS oder Sonstiges. Hier, ganz wichtig, ihr habt die Möglichkeit, entweder maximale FPS für euch zu gewinnen oder ihr sagt, es soll so hübsch sein, wie es sonst was ist. Ich habe fast alle Settings und das seht ihr hier auf Niedrig. Ich habe das Upscaling aus, die Nachschärfung brauche ich nicht. Ich habe geguckt, es zieht mir zu viel Leistung, die mir zu wenig am Ende bringt. Und habe lange überlegt, ob ich über DLSS spiele oder nicht und habe mich dafür entschieden. Einfach weil Nvidia DLSS dafür sorgt, dass wir ein besseres Bild haben. Texturstreaming auf Abruf, habe ich auf Optimiert. Hier müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein, Leute. Wenn ihr keine gute Internetverbindung habt, also wirklich schon an einem Minimum seid, solltet ihr gucken, dass ihr euch das Ding hier nicht vollhaut. Denn ihr könnt ja auch ein Download-Limit machen. Das hier bedeutet, live in der Runde werden Daten für euch runtergeladen, für besseres Bild, für bessere Performance. Wenn euer Internet das zulässt, go for it, absolut. Aber wenn ihr eine 64.000 Leitung habt und eure Freunde nebenan Pornhub schon am gucken willst und sonst was, dann lasst es lieber, es bringt euch nichts. Shader-Qualität habe ich auf gering, ihr könnt es für ein deutlich besseres Bild auf hoch machen. Ihr werdet merken, dass es eure FPS aber ein bisschen runterzieht und euer Ziel sollte sein in Call of Duty. Das seht ihr hier links oben bei mir, 140 FPS. Meins habe ich gecappt, weil ich habe einen 140 Hertz-Monitor. Ich brauche keine 500 FPS, die mein Monitor eh nicht anzeigt. Ihr wollt immer an das Maximum von eurem Monitor gehen. Einfach, dass ihr ein möglichst flüssiges Bild habt. Und sonst sowas wie Einschusslöcher an, das ist ganz gut für Infos, gerade in Suchen zerstören. Dauerhafte Effekte habe ich aus Shader-Qualität auf gering. Partikelauflösung, das hier Leute, ist das Wichtigste. Partikelauflösung hatte ich auf hoch und mein Game hat gelaggt wie scheiße. Und ich habe es nicht kapiert, Partikelauflösung auf sehr gering. Optisch kein Unterschied in dem Ganzen, aber die Lags haben von jetzt auf gleich sofort aufgehört. Und deswegen dicke Empfehlungen, einmal nachmachen. Und jetzt Leute, kommen wir zu dem mit Abstand wichtigsten Einstellungsthema, was ich hatte, wichtiger als jede Empfindlichkeit. Und zwar Screenspace Ambient Lighting. Und ich zeige euch mal, wie ich dort gesessen habe, weil ich nicht verstanden habe, warum dieses Kackspiel einfach nicht laufen wollte. Ich zeige euch mein Gesicht, wie ich hart am Nachdenken war. So sah es aus, weil ich nicht verstanden habe, wo das Problem ist. Und dann seht ihr es jetzt gleich. Das ist der Moment, wo ich realisiert habe, dass die Screenspace Ambient Lighting Variante eine tolle Option ist, damit man grafisch ein bisschen was rausholt. Das Problem ist, es cappt die Leistung eurer Grafikkarte und ich habe eine 3080. Es ist keine schlechte Grafikkarte. So hart, dass ihr, egal ob ihr streamt oder nicht, massiv im Nachteil seid. Das heißt, macht den Scheiß aus, macht den komplett aus und schreibt mir in die Kommentare, wie viel angenehmer das gesamte Gameplay für euch ist. Dieses eine Setting ist Hauptgrund Nummer 1 für die meisten Probleme, die die meisten Leute auf dem PC mit Call of Duty Black Ops 6 in der Beta bisher hatten. Und dann, wenn ihr das vielleicht screenshotten wollt oder wie gesagt, den Link zum VOD schicke ich euch unten in die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch das auch als Nicht-Abonnent auf Twitch nochmal in Ruhe angucken. Auch, was ich im Stream zu den Settings halt gesagt habe. Tessellation wollen wir aushaben, wir wollen die verzögliche Physik aushaben, die Wettereffekte wollen wir aushaben, die Wasserqualität wollen wir aushaben. Das sind alles tolle Sachen, die ihr alle anmachen könnt, wenn die Kampagne beginnt und wenn ihr schöne Bilder haben wollt. Aber wir spielen hier Skill-Based Matchmaking, Call of Duty Black Ops 6 Hardcore CDL Champs, eine Million Dollar schwitzen. Ihr wollt Performance, Performance über Grafik, 100%. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass diese eine Settings über dieses Lighting-Zeugs keinen Unterschied gemacht hat, guckt euch mal an, wie es die ersten 4 Minuten vorher aussah. Passt mal auf, oder nicht? Guckt euch mal an, wie ruckelig das ist. Guck mal, es lag wie Hölle. So, dann haben wir die Settings geändert. Und dann sah es so aus. Gestorben sind wir trotzdem, aber es war plötzlich flüssig, wir hatten maximale FPS und alles war in Ordnung. Das heißt, grafisch sind das die wichtigsten Settings, die ihr irgendwie einstellen solltet, bevor ihr überhaupt damit anfangt, irgendwie Aim Assist und Empfindlichkeit und alles zu nehmen. Und ich weiß, ihr seid alle Geier, jetzt sagt ihr, oh geil, mein Game läuft endlich flüssig, ihr wollt die Controller-Settings von mir. Ihr habt sie hier im Hintergrund, ich gehe sie mit euch durch. Die letzten 4 Jahre habe ich auf 7-7 gespielt. Ich habe dieses Jahr durch das schnellere Movement horizontal und vertikal auf 8-8 gestellt. Mein Tipp, und das sage ich euch immer wieder, und das ist der beste Tipp, den ihr für Controller-Settings haben könnt. Tastet euch ran. Macht nicht 1-1, weil ihr habt einen anderen Controller, ihr habt andere Hände als ich, ihr sitzt anders, ihr habt einen anderen Griff als ich. Tastet euch ran. Nehmt einen guten Mittelwert, zum Beispiel 5-5 oder 6-6. Ich würde es immer gleich lassen, horizontal und vertikal. Und testet 2 oder 3 Runden aus. Und wenn ihr das Feeling habt, dass ihr immer noch zu langsam seid, geht 1 hoch auf 6-6. Testet wieder 2 Runden. Lieber testet ihr eure Empfindlichkeits-Settings über 1 oder 2 Stunden und habt es dann, als es alle 10 Minuten zu ändern, um nie zu wissen, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Controller-Vibrationen aus. Es ist einfach, ihr wollt nicht, dass wenn eine Granate bei euch explodiert oder jemand auf euch schießt oder sowas, euer Controller sich plötzlich bewegt, euer Aim plötzlich schlechter wird. Es hat keinen Sinn, kein Profi spielt damit, raus damit. Minimum linker Stick, rechter Stick, das kennt ihr, das sind die Deadzones in eurem Controller und einige Leute haben halt immer noch bei den Standard-Playstation-Controllern den Drift. Das bedeutet, ihr berührt eure Thumbsticks nicht und von alleine bewegt sich der Charakter, weil da Drift drin ist. Bei OMGN könnt ihr Hoy-Sticks kaufen. Diese Hoy-Sticks sind 100% Drift-frei, die kosten ein bisschen Geld, aber ihr werdet nie wieder bei eurem Controller Stickdrift haben und habt sogar die Herstellergarantie von OMGN und Marcel. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch zwei normale Controller von den Jungs ohne Hoy-Stick-Effekt und auch die haben kein Stickdrift. Es kommt also nicht nur auf die Sachen an sich an und wie man damit umgeht, sondern glaube ich auch, wer damit arbeitet und gute Arbeit hält halt einfach länger. Damit man trotzdem nicht ein minimales Maß hat, wo es nach rechts und links geht, habe ich mich vor bestimmt einem Jahr, als ich den Controller bekommen habe, entschieden, dass das hier ein guter Mittelwert ist. Nach unten hin reagieren sie erst ab einem Eingabepunkt von 8 und 13, was nichts anderes ist als ein winziger Hauch. Ihr merkt keinen Delay und nach oben habe ich die Sticks natürlich offen gemacht, denn ich möchte, dass ich mit meinen Controllern, wenn ich am Anschlag ziehen möchte, so hoch kann, wie ich kann und er reagiert. Deswegen 99. Das hier ist ein Setting, was wir noch nicht immer haben, was relativ neu ist und zwar könnt ihr zu eurer normalen Empfindlichkeit, wie sich euer Charakter dreht, bewegt, nach oben guckt, zur Seite guckt, alles, auch die ZV-Empfindlichkeit einstellen. Also wie schnell könnt ihr in einem Scope gucken und ihr seht es bei mir, ich bin beim normalen Scope 0,75, was ein normales Iontag ist, Rotpunkt, Visier, alles, weil ich der Meinung bin, ich habe ein, ich brauche mehr Freiheit, wenn ich nicht im Visier bin und ich brauche weniger Bewegungsfreiheit, wenn ich im Visier bin. Wenn ich im Visier bin, möchte ich genau sein. Deswegen bin ich hier runter gegangen. Das ist aber nicht allgemein gültig. Ich kenne unfassbar gute Spieler, die mich in jeder Runde auseinander nehmen, die mit der doppelten Empfindlichkeit spielen, weil sie es einfach brauchen. Es gibt Leute, die spielen sehr schnell, es gibt Leute, die spielen sehr langsam. Da gibt es keinen richtigen Wert, da gibt es nur den passenden für einen selber. Hier wird es interessant. Warum auch immer, haben sie es dieses Jahr wieder komplizierter gemacht, als es eigentlich sein muss und wir haben ein neues Setting, was Sprinthilfe heißt und standardmäßig ist Sprinthilfe aus. Ich empfehle euch, dass ihr damit rumtestet und ich bin auf Taktik Sprinthilfe gegangen. Auf dem einfachen Grund, dass ich persönlich meinen Stick nicht andauernd komplett durchdrücken muss und durchdrücken möchte und zweimal drücken muss, damit er tut, was ich von ihm will. Das heißt, ihr macht auf Sprinthilfe, Taktik Sprinthilfe an und er sorgt automatisch dafür, dass euer Taktik Sprint in dem Moment, wo ihr den Stick darauf haut, haut, vorsichtig, damit er auch lange hält, angeht. Ihr könnt einen Delay dafür machen. Dieser Delay, den würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr solche Sachen wie Suchen und Zerstören zum Beispiel regelmäßig spielt. Denn wenn ihr Suchen und Zerstören spielt, kann es durchaus vorkommen, dass ihr an einem Ort, an einer Ecke langsam gehen wollt. Und wenn ihr dann einen Delay in dem Control habt, dann könnt ihr langsam Stück für Stück mit dem Delay arbeiten, um anstatt sofort zu sprinten, auch zu gehen. Wenn ihr kein Suchen-Zerstören spielt, nehmt den Delay, den ihr habt von standardmäßig 400 Millisekunden auf 0 Millisekunden. Einfach nur, damit ihr in dem Moment, wo euer Controller euren Command bekommt, der Controller auch sofort reagiert und sagt, ich mache, was du willst. Der Rest hiervon, das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, screenshotten. Das sind sehr, sehr persönliche Präferenzen. Da gibt es meiner Meinung nach keinen richtig, keinen falsch. Ich finde es angenehmer, dass ich mit einem Sprint Türen einrennen kann. Am angenehmsten wäre es, wenn es gar keine Türen gäbe. Wir haben in Call of Duty nichts zu suchen. Wir haben den Scheiß seit MB19 und das ist wie Chlamydien, glaube ich. Man wird sie halt nicht los. Auch hier sehr einfache Settings. Ich liebe C4 in Call of Duty. Ich bin ja mehr oder weniger ein bisschen bekannt geworden durch meinen C4-Auflagen im BO3. Das haben aber viele gute Spieler damals gemacht. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr es nicht gruppiert macht, sondern einzeln. Weil wenn ihr eine Gruppier C4 macht, bedeutet das, ihr müsst immer erstmal alle C4s werfen, bevor sie explodieren. Macht lieber einzeln, dann könnt ihr ein C4 werfen. Mal gucken, wie C4, wir konnten es bisher noch nicht spielen, im Fullgame funktioniert. Ich will ja nicht sagen, aber ein C4 auf einer gegnerischen Flagge, was man nicht sieht. Und ihr seht, egal wo ihr auf der Karte seid, dass die Flagge eingenommen wird vom Gegner. Und ihr drückt C4. Das sind coole Kills. Das ist nur ein Tipp. Also passt auf, auf was für eine Flagge ihr geht, wenn ihr mit mir spielt. Hier, das sind ein paar sehr wichtige Sachen. Sprinten, bricht Nachladen ab. Das will ich nicht. Das war in MB2 so und es war ein absolut schreckliches Feeling. Ihr musstet irgendwie aus einem Gunfight raus, wart im Sprint, aber die Waffe war leer. Und von hinten hat einer auf euch gefeuert. Und ihr habt halt keine Munition in der Waffe. Wenn ihr dann gesprintet seid, was sie in MB2 Sprint genannt haben. Ich würde sagen, alte Omi hat ein bisschen Dünnpfiff bekommen, musste schnell nach Hause gehen. War das Problem, dass ihr das Nachladen abgebrochen habt. Denn konntet ihr zwar sprinten, habt immer noch kein Magazin drin gehabt. Deswegen sprinten, bricht Nachladen ab. Wenn ihr Nachladen canceln wollt, was Gott sei Dank wieder geht. Nicht so wie in MB2, wo das rausgenommen wurde, Alter. Was für ein Game wir da ein Jahr gespielt haben. Wenn ihr Nachladen abbrechen wollt, ist es relativ einfach auf den Controller. Ihr drückt einfach zweimal ganz schnell Dreieck und schon bricht ihr das Nachladen ab. Bei Maus und Tastatur könnt ihr einfach mit dem Mausrat das machen. Stell hoch runter rollen, hörte ich jetzt spontan gesagt. Und dann brecht ihr es auch ab. Ansonsten, wenn ihr hier einmal guckt. Stick-Tausch will ich natürlich nicht haben. Automatischer Waffenwechsel. Ja, weil wenn meine Waffe keine Muni hat, brauche ich nicht selber gucken. Dann soll er die scheiß Waffe halt automatisch durchziehen. Und hier, ich persönlich finde Tippe zum Interagieren angenehmer, um ehrlich zu sein. Da weiß ich aber, dass das sehr, sehr manuell ist. Ich finde es einfach besser, wenn ich nur einmal ganz kurz tippen muss, damit ich meine Aktion machen muss. Und habe in meinem Kopf mittlerweile, dass wenn ich halt nachladen möchte, ich kurz gedrückt halte. Muss jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es im Kopf drin. Ich werde es nicht wieder ändern. Andere haben es genau andersrum gelernt. Absolut legitim. Wie gesagt, hier macht ihr keine Fehler. Hier macht ihr nur einen Fehler, wenn ihr es andauernd ändert, weil euer Gehirn sich einfach nicht daran gewöhnt. Und ich glaube, die wirklich letzte, wichtigste Reihe von Settings, die für euch entscheidend ist, damit ihr einfach ein besseres Spielerlebnis habt, ist das hier. Sichtfeld, FOV, Waffensichtfeld und ganz, ganz wichtig, alles, was unter Kamera ist. Denn ich sage euch eins, ich habe es schon erlebt, man kann wirklich sich übergeben und es kann einem schlecht werden, wenn man diese ganze Scheiße, diese Bewegungsunschärfe, die Waffenunschärfe, diese wackene Kamera, diesen ganzen Mist auf 100% dreht. Ich habe noch nie von einem Spieler gehört, der diese Settings aktiv haben will. Und trotzdem kriegen wir es jedes Jahr vorgesetzt und es ist standardmäßig sogar drin. Mein FOV, ihr seht das hier, ist immer 117. Es gibt nämlich seit BO4 oder Cold War gab es diesen Bug, dass alles über 117 kein Aimlessis damals hatte. Und ich habe mir so angewöhnt, diesen Bug zu umgehen, weil er wird immer wieder kommen, dass ich gesagt habe, ich gehe auf 117. 117 bedeutet für mich flüssigeres, schnelleres Gameplay. Ich sehe natürlich Gegner etwas kleiner. Umso größer das FOV, umso kleiner sind die Konturen der Gegner. Aber in Call of Duty Gegner erkennen ist in der Regel noch nie ein Problem gewesen. 117 perfekt. Umso niedriger das Field of View ist, umso weniger seht ihr von den Außenseiten. Also niedrigeres FOV, größere Gegner, größere Charaktere, aber weniger Sicht. Und ich möchte mehr sehen und deswegen höheres FOV. Ansonsten ganz wichtig und das habe ich euch ja eben gesagt, ich muss hier einmal ein ganz kleines Stück zurückgehen. Bewegungsunschärfe. Aus. Komplett aus. Es gibt gar keine Diskussion. Es gibt kein Argument dafür, diesen Scheiß anzuhaben. Waffenbewegungsunschärfe. Aus. Macht weg. Macht weg den Scheiß. Ihr wollt es nicht sehen. Euch wird schlecht. Es ist anstrengend. Kammerbewegung. Auf das Minimum. 50%. Wenn ich könnte, würde ich es auf 0 machen. Komplett aus. Und invertierte Blendgranate. Das war dieses Thema an MB2, als wir diese Flashgranaten aus der Hölle bekommen haben, die euch eure Mutter, Großmutter und Großvater erblinden hat lassen. Ich habe es aus. Es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Sie haben daran gearbeitet. Wenn euch der Effekt mit diesem extrem hell und dann dunkler stört, macht invertiert an. Dann ist es sofort dunkel. Wird dann ein bisschen heller. Ist ein bisschen angenehmer für die Augen. Macht aber nicht viel aus. Und dann Audio. Kopfhörer, Bassverstärkung. Für mich immer noch so die klare Nummer. Man hört Footsteps nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist aber auch gar nicht so tragisch, weil entweder haben wir gar keine Footsteps und keiner ist benachteiligt. Oder meinetwegen sind die Footsteps richtig laut in Call of Duty. Dann gibt mir aber Totenstille als Perk. Wir haben Totenstille als Perk. Wir haben leise Fußschritte. Finde ich absolut in Ordnung. Kann ich super mitleben. Jeder, der Spawns predikten kann, auch wenn die Spawns kaputt sind, eine Minimap lesen kann, wird dadurch ein Vorteil sein. Und wer es nicht ist, der muss es halt lernen. Übrigens, vier Jahre Entwicklungszeit, Black Ops 6. Und wir haben immer noch Charaktere, die ohne Waffen in der Hand umherrennen. Also, ich hoffe, euch helfen die Settings. Ich hoffe, ihr könnt richtig geil in die Beta starten heute. Und ich hoffe, ihr werdet nie vergessen, dass ihr mich ohne Hose gesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, lasst ein Like da, lasst eine Frage da, lasst ein Abo da. Und sonst, Leute, wir sehen uns auch im Stream nachher. Heute Tarkov, morgen Black Ops 6 Beta. Mir ist es heute zu heiß zum Schwitzen. Ich werde morgen reinschwitzen. Und wir sehen uns am Wochenende. Haut rein.